Was? Ja, was machst du denn? Ja, ich liebe dich doch. Komm, lass schein mal mal. Komm her. Nummer B. Kapitän. In der Mitte unter dem zweiten Fassendieser. Der Kno-Männer. Ja, du bist anders. Wie kann man nur so perfekt stehen? Pott, Pott, kann nicht. Du bist ein wahrer Freund. Na? Ja, zu dir komm ich auch noch. Warte, warte. Ja, aber so viele Freunde muss man doch begrüßen. Guten Freunden gibt man doch ein Küsschen. Ja, ihr seid anders, ehrlich. Ihr seid ganz andere Leute. Wahre Freundschaft. Das ist wahre Freundschaft. Wir halten zusammen. Team. Das ist ein Team. Ja komm, ich will dich einmal umarmen. Mit einer Hand und dann Mbappé. Platz hat einen raus. Nein! Okay. Was soll ich noch sagen Jungs? Dann sehen wir uns im Wemble. Im Wemble, okay? Nicht vergessen. Im Wemble genau gleich stabil bleiben. Die ganze Zeit für uns arbeiten. Okay? Bleib sauber. Tschüss. Wer hätte gedacht, dass mit so einem Stück Aluminium sich eine Freundschaft entwickelt, ja? Ja. Ja. Ja.